Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. So, ich bin irgendwie ein bisschen geknickt, weil ich ja heute das Unentschieden hier fabriziert habe vom letzten Mal. Naja, Aufstellung bearbeiten, das ist ja die kaputte Mannschaft, deswegen Mannschaftsauswahl und ich nehme Elite. So, ihr habt ja schon gesehen, ich baue eine Südafrika-Mannschaft zusammen, aber mir fehlen da einfach noch die Spieler. So, wenn es ist, muss ich auch der Vorstellung, der mir das, was mir immer mal geschickt hat, ein bisschen abändern, damit ich auch die Spieler bekomme. Weil manche werden einfach nicht gehandelt, das ist ja das Problem. Und die, die gehandelt werden von denen, die ihr mir da aufgeschrieben habt, das sind höchstens ein oder zwei Karten. Recht viel mehr nicht und da kann man nicht unbedingt viele billige rausholen oder kann man keinen schönen Preisvergleich machen. Naja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir es ja zusammen oder kriegen wir ja irgendwie was zusammen, das wir mal einfach machen können. So, es sucht immer noch Gegner, das ist super. So, Gegner hat die Partie verlassen. Weiß ich doch jetzt schon. Ich sehe immer noch nichts. Ist super. Komm schon. Gibt's ja nicht. Hallo? Hat er sich jetzt aufgehangen? Ah, okay. Verbindung zum Gegner wurde er unterbrochen. So. Geht doch. Zumindest mal eine Ansage. Ich dachte schon, ich muss die Aufnahme hier canceln. Ja, komm schon. Das gibt's doch nicht. So ist momentan das Matchmaking so lahmarschig. Ich sehe schon wieder nichts. Ja, es ist super. Läuft. Echt Hammer. Die schalten die Server schon ab, oder wie? Bei uns ist es schon ohne um für FIFA 15, oder was? Das kann doch nicht sein. Wir müssen ja doch noch ein bisschen Ressourcen hier sparen. Ja, geht doch. So, ich bleibe in meinen roten Trigots. Ich hätte auch gern mal wieder ein Heimspiel. Das wäre auch super. Alter, was hast du denn? Serie A-Team hast du? Ja, wieso nicht? Ähm, ja. Krasse Scheiße. Ein gutes Team. Aber vielleicht sind wir spielerisch einfach besser. Müssen wir einfach mal unter Versuch stellen. Dass wir da eventuell was reißen können. Der hat aber noch ein ziemlich, ja, sagen wir mal so, altbackenes Stadion. Damit hier, keine Ahnung, die Gegner verwirrt sind. Eher lieber Freiluftfußballer ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, schade. Pass kommt nicht an. Aber er steht im Abseits. Perfekt. 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 So. Weiter Ball mit Martip. Patterson. Abverfahren. Oh, schade. So. Oh, ich krieg ihn nicht durch. Ich krieg ihn einfach nicht durch. So, Jansen. Jansen immer noch. Rüber damit. Mal kurz verschnaufen. Die Lücke suchen. Eventuell Kakao. Oh, schade. Komm ich nicht hin. So, eher mit einem weiten Ball hier. Auch nicht schlecht. Oh, an den Pfosten gelenkt. Oh, sauber. Trap. Der hält, was er verspricht. So. Okay. Kakao. Komm, gib Gummi. Ilja. Nee. Da war er zu langsam einfach. Einfach zu langsam. So. Wenn ich hier schon am Teams zusammenstellen bin. Ihr könnt mir ruhig Teamvorschläge senden. Und wenn ich das nötige Kleingeld für habe, dann baue ich die auch nach. Wie halt das Südafrika-Team auch. Das, wie ihr da kurz gesehen habt. Ich habe es ja nicht gezeigt. Aber ich bin ja noch nicht fertig damit. Ich brauche noch ein paar Spieler. Könnt ihr mir ruhig senden. Auch wenn ich länger dran hänge. Hauptsache, ich kriege das irgendwann fertig. So. Kakao. Sauber. So. Flanke. Komm. Aber Buffon hält hier. Ist auch ein guter Torwart. Auch. Ja. Nicht unbedingt der Jüngste. Da hat er jetzt zur WM auch Rückenprobleme. Und stand im Tor. Alter. Tevez. 18. Minute. Haut mir hier ein Tor rein. Boah. Wieso nicht? Wenn es ihm Spaß macht. Naja. Hilft einfach nicht. So. Verfahren. Kakao. So. Kakao. Trash. Trash. Oh. Schade. Ich laufe mich hier total fest. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist mit dem Spiel. Das hat mir einfach einen Knacks gegeben, die letzte Partie. Dass ich da einfach nichts mehr zusammen bekomme. Die hat mir echt einen Knacks gegeben. So. Patterson. Allein auf weiter Flur. Natürlich der ganzen Mannschaft hat es auch einen Knacks gegeben. So wie es aussieht. Und total ohne Elan und alles. So. Weg damit. Find doch einen eigenen Spieler. Das wäre schön. So. Oh. Komm. Jansen. Boah. Übel. Ja. Und dann laufen die Pässe einfach nicht. So. Sauber. Ilja. Oh. Komm. Ey. Und kein Foulspiel. Ball berührt hat. Drei Millisekunden lang. Kehl. So. Komm doch endlich. Das gibt es ja nicht. Oh. Ich lege ihn wieder auf. Ist klar. Ne. Das kann ich. Ein Gegner den Ball auflegen. Besser als mir selber. Ja. Elja. Ich komme hier einfach nicht durch. Es ist ja schon wieder ein Kampf gegen die Windmühlen. Vielleicht kriege ich es ja doch noch irgendwie hin. So. Komm. Holt euch doch den Scheiß Ball. Da rührt sich einfach keiner. So. Versuchen wir es mal. Alter. Jeder läuft sich hier fest. Dass es nicht normal ist. Und dann schießt er mich an. Dass er einen Einwurf bekommt. Auch nicht schlecht. Alter. Der spielt mich ja noch strichumfahren aus. So. Aber jetzt. Hoffe ich jetzt mal. Nö. Natürlich nicht. Wo denke ich denn hin? Es kann doch nicht sein. Dass ich da durchkommen würde. Ne. Ne. Ich doch nicht. Ah. Kriege ich einen Aufstieg vielleicht doch nicht hin. Nachdem habe ich ja noch zwei Spiele dann. Normalerweise. Ach komm ey. Komm. Ah. Probieren kann man es ja mal. Ah. Das ist doch der Wahnsinn. Ach komm. Dann komm da aus dem Abseits. Junge. Wieso bewegst du dich nicht? Kannst dich nicht andauernd vor der Ding rumgammeln. Also vor der Abwehr. Oder hinter der Abwehr. Oh. Jansen steht auch in der Prärie rum. Statt dort. Dass er seinen Mann deckt. Ist denn das so schwer? Wenn man einfach mal am Mann dran bleibt. So. Super in den Mann gepasst. Super in den Mann gepasst. Kann ich mich nur wiederholen. So. Schön weitergeleitet. Elia hat Platz. Oh. Patterson wäre da noch nachgehüpft. Dass er hier eventuell den Kopfballtor macht. Aber nee. Das klappt nicht. So. Wir sind zum Glück nur 1 zu 0 hinten. Nur 1 zu 0. Das geht ja noch. Da können wir schon noch was machen. Meine Passgenauigkeit ist ja unterirdisch. Ja der Wahnsinn. So. Fortsetzen. Und lassen wir die zweite Hälfte einfach mal beginnen. So. Kakao. Kakao. Krieg Platz. Alter. Und dann werde ich so rumgeschubst, gezehrt und sonst was. Ohne Pfiff. Das ist doch nicht normal. Komm schon. Komm schon. Setz dich halt durch. So. Patterson. Oh. Ich. Dann bietet sich aber auch keine Anspielstation irgendwie an. Man muss mal irgendwelche gewahrten Pässe probieren. Dass da irgendwas klappt. So. Sanjarabi ist eh schon hübsch fertig. Aber der kann doch abziehen. Mein lieber Scholli. Verstehe ich nicht. So. Ball kommt. Ball kommt. An die Latte. Ich werde nicht mehr. Die Kontrolle hier. Oh. Nee. 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 Irgendwie läuft es nicht. Naldo holt sich den Ball. Oh. Direkt in den Mann rein. Direkt in den Mann. So. Aber Adler hält. Äh. Trab hält. Nicht Adler. Falsche Mannschaft. Oh ja. Donnert ihn einfach nur weg. Mit dem ist mir geholfen. Mal gar nicht. Alter. Dann ist da schon wieder Tür und Tor offen. Hat er den drüber gehauen? Ja. Hat er. So. Trab. Hau weg den Scheiß. Patterson. Ah. Nimm ihn doch mit. Schade. Komm. Das gibt es ja nicht. Ist denn das so schwer? Ist denn das so schwer? Boah. Das gibt es ja nicht. Der tippt mich nur leicht an. Schon hat er den Ball. Das ist ja der Wahnsinn. So. Flanke kommt. Gibt es denn so was? Das kann ja nicht wahr sein. Kopfballuell. Sauber. Komme ich hier nicht durch? Komm ich einfach nicht durch? Oh ne. Tevez. So. Aufgehalten. Oh ne. Doch nicht. Nächster Aufbau. Ach komm. Was ist denn das für ein Pass? Ja. Und dann fällt natürlich das 2-0. Wenn die Pässe einfach nicht funktionieren bei den eigenen Spielern. Weil. Total fürs Licht. Dann kann man da auch nichts versuchen. So. So. Jetzt ist er 2-0 vorn. Jetzt hat er einen Sicherheitspolster auch noch. Oh ne. Was machst du denn? Kann man den Ball nicht anständig hier rüber bringen? Wenn man hier schon einen hohen Ball hier anschafft. Anfordert. Ja komm. Und er kriegt solche Pässe durch. Ist klar ne. Und ich krieg den Ball einfach nicht durch. Das ist der Wahnsinn. Alter. Was ist denn da los? Da läuft ja gar nichts bei meiner Mannschaft. So. Kehl. Er kriegt den Ball auch nicht durch. Alter. Immer steht ein Mann bei ihm dort. Also bei meinen Leuten. Das ist der Wahnsinn. Immer. Ich kann mich nicht mal 3 Millimeter bewegen. Weil dann kommt da schon irgendjemand. Irgendjemand kommt da immer. Ja super. Solche weiten Bälle funktionieren ja heute auch wahnsinnig gut. Ja im Abseits. Ja im Abseits. Wenn ein Pass durchkommt. Dann steht er im Abseits. Mensch. Selbst sowas klappt nicht. Wenn er mich schon anschießt. Kann man sowas glauben? So. Okay. Komm. Komm mein Junge. Komm. Ich krieg ihn einfach nicht rüber. Mann. Es läuft einfach nicht. Entweder macht es mir der Gegner schwer oder ich mache es mir schwer. Eins von beiden. Irgendwas läuft da einfach nicht bei mir richtig. So. Okay. Komm schon. So. Haha. Ich krieg's nicht gebacken. Einfach nicht. Meine Spieler fühlen sich auch heute wieder so statisch an. Wie dass sie sich nicht rühren wollen. Haben sie heute keinen Bock. Machen hier die Dienstverweigerung. Ja. Das Spiel kann ich abhaken. Nachspielzeit ist mittlerweile auch vorbei. Naja. Vielleicht krieg ich ja noch einen Ehrentreffer zusammen. Ne. Sieht nicht so aus. Bin eh schon sehr offensiv. Gummischerweise. Da ist die Abwehrleistung besser als. Wenn. Äh. Ich normal hab. Ausgeglichen. So. Nach vorne mit dem Ding. Naja. Komm natürlich nicht an. Wieso denn auch. Wär ja zu viel verlangt. Ja. 3-0. Ja. Gut. Das kann ich mal abessen. Definitiv. Ja. Selbst der Schuss funktioniert nicht. Alter. Komm. So was musst du haben. Pfeifst du auch mal ab Schiri? Das kann ja nicht wahr sein. Der quält mich hier gern. Aber weh ich würd gefährlich über die Mittellinie kommen. Dann pfeift er ab. Ja. Da sag ich's nicht. Naja. Egal. Ich hab mal wieder verloren. Darf ja auch sein in der vierten Liga. Bin ja noch nicht so überragend gut. So. Ich bräuchte noch zwei Siege. Bräuchte ich noch. Naja. Vielleicht viel's ja noch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe ihr schaltet übermorgen auch wieder ein. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.